Moin Leute und Willkommen zu einer weiteren Episode meiner CSGO Rank Reihe. Ja, im letzten Part haben wir ja richtig geil abgesahnt. Zu leicht, meiner Meinung nach, haben wir da gewonnen. Es war ziemlich geil, wir sind in den Rang aufgestiegen und haben hier so einen tollen neuen Fähigkeitsrang oder was auch immer bekommen. Auf jeden Fall sind wir jetzt Silber und bekommen dann so gesehen bessere Gegner und bessere Mitstreiter. So wie ich das jetzt hier verstehe. Ja, und ich habe jetzt einfach mal das 2 und Mirch wieder reingenommen. Mal gucken was kommt. Ich glaube es wird eh wieder das 2, es ist immer so. Aber ist ja scheißegal, ich bin sowieso gespannt durch die neue... Uh, da geht es schon los. Ja, ist die neue Skill Gruppen Fähigkeit da. Es war so klar. Es war so klar. Täglich grüßt das Murmeltier. Standardmäßig. Aber okay. Gucken wir mal was hier abgeht. Ich bin sowieso jetzt gespannt. Oh, komm schon. Ich bin heiß. Heiß und scharf wie ein Rettich. Heiß wie eine Kartoffel. Hallo. Gammense. Ähm, was haben wir denn da? Mhm. Mhm. Okay. Jo. What the hell? Ist der am lecken? Der Monkey. Bla bla. Ja, ein Ping von 75. Jo. Auch nicht schlecht. Genauso wie Nova. 127. Oh je. Das wird ja was. Ah, die Aufwärmphase. Wofür gibt es eine Aufwärmphase? Oh Gott. Ich hab die Shotgun. Ha. Die Shotgun. Ja. Und da steht noch irgend so ein Heino. Kann die Aufwärmphase nicht generell eine Minute einfach gehen? Das wäre am besten, finde ich. Aber nein. Die Aufwärmphase wird erst weniger, wenn auch alle angenommen haben. Man muss immer dann unnötig warten. Ist zwar okay, aber trotzdem unnötig warten. Und ich treffe nichts. Ha. Aber endlich geht's los. So. Jetzt. Ab jetzt zählt's. Ab jetzt strenge ich mich auch an. He. He. So. Was macht mein Team? Okay. Okay. Hey. Fun. Sagt der eine. Gucken. Jo. Da gehen wir B. Mal gucken, ob sie auch auf B wollen. Ja. Oh ja. Das hört schon mal gut an. Verstecken wir uns hier schon mal. Na. Oder auch nicht. Ja. Da sind's ja A lang. Da hab ich mir schon fast gedacht. Also müssen wir erstmal nach A. Oh leck. Uh. Der hat die Tag 9 glaube ich. nicht. Was drückt er mir bitte rein? Oh fuck. Ja. Was soll ich da machen? Hat er die Tag 9 gehabt oder was war los? Ich glaub schon. Das ist ja auch brutal. Ja. Toll. Was nehmen wir? Wir haben nichts. So. Fertig. Machen wir eben mit der OSP. He. He. Gucken wir mal was reißen können damit. He. 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 Gucken wir mal was reißen können damit. Ja. Und ich habe wenigstens eingetötet mit der OSP. Ha. Ha. Oh fuck. Wir kriegen Art aufs Maul Leute. Nachdem letzte Woche. Alter was hat er für ein Ping. 500. 600. Ja klar. Sehr geil. Also so ist geil natürlich. Wenn man solche Teamkameraden hat. Wieso einen Ping besitzen. Ha. Er. Er weiß gar nicht was er machen soll. Was er machen kann. This game is lost. Sagt schon einer. Ja. Mit so einem erst recht. Ha. Ha. Mit so einem erst recht leider. Aber. Oh ja. Jetzt normalisiert sich das alles. So langsam. Ja. Da. Und mein Handy klingelt im Hintergrund. Ja. Ach. Sehr geil. Dann. Was nehmen wir? Können eigentlich gar nichts nehmen. Doch. Nehmen wir sie. Supra rauswerfen. Supra. Wieso. Ah. Komm schon. Ich glaub da kommt aber auch keiner. Ja. Wie. Die 20 Sekündige Kaufzeit ist abgelaufen. What the hell. Ich will nichts kaufen. So. Ja. Wir sind's wieder. Ah. Natürlich. Oh mein Gott. Hm. Und wieder er. Er lebt wieder. Aber diesmal mit einem stabilen Ping. ging. Aber auch selbst da ist das Game schon verloren. Wenn uns schon ein. Wenn ein Frico schon. Zwei Leute ausschaltet. Ah. Hm. Oh mein Gott. Sind die gut. Hm. Und mein Team ist scheiße. Haha. Vielleicht bin ich ja auch derjenige der scheiße ist. Hm. Ich weiß es nicht. Ich bin der einzige mit zwei Kills. Und jetzt. Hier und jetzt. Das bringt überhaupt nichts. Äh. Komm schon. Wollen sie kommen. Oh. Da hat mir grad mein Kollege den Arsch gerettet. Oh. Kriege ich keine bessere Waffe. Verdammt. Normal. Ah. 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 Wir haben eine Runde gewonnen. So. Jetzt nehmen wir die M4. Die M4. Und eine Blend würde ich sagen. Ah. Ah. Ne. Wir gehen diesmal an. Ah. Ah. Und einen Schluck auf. Ahem. 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 wer hat hier du hast die du hast die aug und da dazu viel ihr habt alle die aug oder der hat die aug du hast die aug alle und da habt ihr schiss vor unglaublich würde ich mit leichtigkeit weg holen und jetzt nichts was haben wir da haben wir haben eine he aufgenommen ok ja b ich habe es gehört ja nach man ja wie ich krieg kein a sie er hat den getötet und er kriegt ich krieg kein a sie warum krieg ich kein a sie dafür ich habe ihn doch getroffen 40 hp abgezogen was soll denn das krieg ich nicht mal ein a sie für ich glaube es ja nicht so ein schmarrn ganz ehrlich sind wir auch die auch schluss mit lustig und und mein handy klingelt schon wieder ist nervt vergessen ist stumm zu schalten ja da mein mister gummies gott na ne er geht vor ok ja da haben wir ihn wieder schön headshot geh weg mein gott wenn du keine eier hast dann was zu pech ja da muss man hin a oder was sieht wohl so aus ja da war feuer abenteuer ja irgendwie ja komm alter und ich schrei schon wieder völlig rum also gefällt mir das wie ist so ein ira renne ich da durch so geil hallo 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 oh gott oh haben wir ihn trotzdem bekommen oh mein gott aber ich gehe nicht da lang immerhin kommen sie lang ah nur der monkey ist down ich habe nur noch 3 ap ja immerhin der mister gummies hat auch das zeitliche gesegnet wir haben die arme können wir irgendwas reißen ich glaube nicht oh ja da steht er hinter der kiste die ganze zeit da überrascht er uns so ein cleverer bengel das hat er gut gemacht da wartet er erst ab keiner checkt was und dann kommt er um die ecke nimm die osp geht doch und schreibt da eine kippen die geist was soll denn das hier wird niemand gekickt wofür wir können unsere kültergranate kaufen einfach so jetzt werden wir auch noch vom eigenen team geschossen das ist so lame ja he-man oder was ist los was macht er die leute die leute haben einfach keinen bock ich verstehe es nicht warum machen die solche faxen das ist ja total lächerlich ich verstehe es nicht aber da kriege ich jetzt wenigstens ein asi wahnsinn ich kriege ich kriege ein asi so toll ich hätte eigentlich vier asi schon aber nö nö einer wurde mir nicht gut geschrieben warum auch immer und da wird er weggenudelt und wie sie ihn einfach nicht bekommen wie sie es nicht checken dass er da hinter den kisten ist beziehungsweise hinter den fässern oh je da das schreibt doch noch oh mein gott naja jetzt geht's ab leute oh mein gott was sind das für leute dann sollte man nicht rank spielen ganz ehrlich sollte man nicht rank spielen jetzt habe ich auch die faxen dicke oh mein gott ja und ich treffe nicht einmal ach legt mich doch vor allem der typ da im gegnerischen team da schreibt die ganze zeit oh mein gott 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 jetzt hat er mal eingetötet, Wahnsinn. Noobs im Fleischwolf. So könnte man es ausdrücken, was auch immer die zwei Idioten machen. Ich glaube schon, X-Cool-Boys. Sneaker-Hack-Ü-Ü. Da, der ist wieder hinter den Fässern und wir kriegen ihn trotzdem nicht getötet. Wie er da stur stehen bleibt, ist auch geil. Oh mein Gott, mein Gott. Granaten, Ködergranate. So, jetzt habe ich auch die Faxentwickel. Ja. Aber dieser Sneaker, der ist doch echt... Der meint auch, der wäre der Pro-King. Ja. Mit einer Awe ist jeder ein Pro-King, mein Freund. Awe ist so lächerlich. Oh, darüber könnte ich raten. Man braucht nur kurz rausgucken und dann einfach nur das Fadenkreuz auf einen Spieler... auf einen Spieler zu richten und dann einfach nur einmal abdrücken, bam, down. Größtenteils ist er mit einem Schuss down. Hat nichts mit Skill zu tun, also wirklich. Ja, so sieht's aus. Das ist der Grund, warum die Community hier in CSGO so lächerlich ist. Habe ich ja auch schon öfters gelesen. Oh, und mein Handy nervt. Ich schalte es jetzt aus. Es nervt mich grad tierisch. Na toll. Sind B, oder? Ja, B. Tja, mit der Awe wurde der Mister... Und ich hab... Ja. Auch so ein Awe-Frikot, der einfach nur Dauerfeuer drückt. Oh mein Gott. Die AI nicht bekommt? Gott, ich könnte jetzt nur ragen, Leute. Eine bittere Runde wieder. Aber was will man machen? So was gibt's eben. Komm schon! Hier einfach keiner kommt. Ja, das war klar. Oh, lell. Ach komm. Silent E. Aber ist sowas von... Den hat man gar nicht gehört. Gar nicht bemerkt, gar nicht gehört, gar nichts. Und da ist er auch down. Ja, lell. You are bot. Meinst du? 14,2. Oh, und dann immer dieses... Oh, komm, eins gegen eins. Nur wer... Wer den längsten Penis hat oder was? Das finde ich auch immer so lächerlich. Da habe ich bestimmt Monkey P. Sneak V bekommen. Einfach rein, rein und ihn töten. Da kann ja nichts machen mit seiner scheiße Awe. So einfach läuft das dann. Am besten wäre noch mit der P90 gewesen, dann hätten wir vielleicht mehr bekommen. Aber selbst... Der Rest macht das ganze Team ja noch fertig. Oh je. Oh. Ah. Oh. Nice. Supra klärt. Ansatzweise. Da schnappt er sich die Awe, aber keine Chance, da geht er trotzdem down. So. Schnappen wir uns auch mal wieder die Auge. Aber das haben sie eh schon gewonnen. Es steht schon 2 zu 12. Das ist eindeutig. Das ist ganz klar. glasklar eindeutig. Diese Runde hier. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Weil wir jetzt eine bessere Skill-Gruppe bekommen. Oder ob unser Team einfach echt nur scheiße ist. Ehhh. Komm schon. Kann man irgendwie raus oder so. Oh mein Gott. Ja. Haben sie schon die Bombe gelegt. Äh. hier. Diesmal ist da keiner. Wir sind total falsch. Roffel die Waldfee. Wir sind total in der falschen Spur. Ja. Toll. Oh. Sind wir scheiße. Haha. Oh mein Gott. Wir laufen alle B. Und dabei liegt sie auf A. Pfff. So lächerlich. Mein Gott sind wir scheiße. Hehehe. Das wir nämlich fliehen. Die Ding Ding. Die Ding Ding. Die Ding Ding. Komm schon. Keiner da? Okay. Ja. Wo sind sie? He. Da sind sie. Kurz. Oh. Da läuft er mir gerade noch für die Flinte oder was ist los? Wir betreiben sie Selbstmord. Oh mein Gott. Andere Seite. Mein Gott. Bist du blind oder was? Ach ja. Was auch immer die da labern. Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Schon wieder. Einmal Escape zu viel gedrückt. Was ist das? Cool. Oh mein Gott. Aber malv share! Ja, hier bringt es überhaupt nichts. Ja, legen sie echt B. Ey, jetzt willst du mich verarschen? Alter, nein! Ich hab den nicht einmal getroffen, willst du mich verarschen? Ach du Schei! Oh Gott, ne. Oh Gott. Ich hab den nicht einmal mit der Diegel getroffen. Angeblich auch nicht mit dem Gummigeschoss. Es ist einfach keine Runde für mich. Liegt vielleicht an das 2 selber, weil ich diese Map irgendwie nicht mehr will und kann. Ich hab keine Ahnung. Aber trotzdem einfach nur Scheiße. Da nehme ich doch lieber die Hauk oder die SMG. Oh! Rush B wird gesagt. Dabei stimmt das ganze Team schon hier. Tunnel. Oh je. Ja, das war klar. 17 mal gestorben. Hat die Qual endlich ein Ende. Gott sei Dank. Das ist eine Runde zum Vergessen, bin ich ganz ehrlich. We will defeat the Vatanalists. Jedesmal diese scheiß Abstimmung. Verstehe ich's nicht. Und Nova geht einfach ab ohne Ende. Vorhin, aber schießen die sich gegenseitig? Was soll denn das? Oh lol. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist halt endlich ein Ende. Und wir kriegen, das ist ein Nied. so lächerlich wenig ep es ist so bitter und dieser sneak v geht mir auf den sack mit seinen ich bin der beste ich bin der beste solche leute hat sich ja wie die pest aber naja was wir machen es war halt einfach keine gute runde und ja ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen falls ja denkt daran darum zu geben oder netz kommentar zu hinterlassen und wir sehen uns das nächste mal spieler michi man ciao